Achtet auf die Seilzüge. Sie sollten dabei helfen, die Zugbrücke abzusenken. Leider bin ich mir nicht sicher, welche Einstellungen man braucht, um den Weg freizumachen. Seht, ob ihr etwas finden könnt. Sie versuchte, die Zugbrücke herunterzulassen, sagt ihr? Nun, das verheißt ja nun wirklich nichts Gutes für uns. Sagt mir das Rätsel. Hm, Kenati ist der kajitische Gott der Reisen und Tawar dem Vogelgott nicht unähnlich. Alkosch wird von den meisten Akatosch genannt, der Drachengott der Zeit. Und die Mähne ist ein spirituelles Oberhaupt der Kajit. Und die Mähne ist der Kajit. Unter ton pemängeli Angela Bachmann, wenn sieич, antsOME überhaupt los- Hmm. Für mich jetzt endlich ваш einfacher ist. Ufi- Es schuldig! Van subsidi. Ufi- Edruck wurde davon ab gains. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Schade, dass ich nicht so sentimental bin wie mein Bruder. Schade, schade, schade! Schade, schade! Schade, schade, schade! Schade, schade! Schade, schade! Schade, schade! Schade, schade! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Es tut gut, euch unversehrt zu sehen, Krieger. Ihr habt das Drachenhorn gefunden? Bei Lickys perfekter Kling. Ich bin zurück und ich bringe das Drachenhorn. Kommt, lasst uns reden. Nun, da wir das Horn von Yadari haben, beginnt unsere wahre Arbeit. Aber gewiss doch. Ihr habt gesehen, wie es Valoxin vom Himmel holte und uns ein Bedock. Valoxin deutete an, dass das Drachenhorn von seinesgleichen ausfallt. Ich muss mit dem Drachenhorn üben und mich auf das vorbereiten, was vor mir liegt. Wenn ein Drachen da wirst, stirbt, sprechen wir ein Gebet. Möge Berichte verraten mir, dass die Drachen sich in südliche Elsweier bewegt und dabei Städte und Dörfer verwüstet haben. Wir werden nicht allein sein. Wir werden andere dazu bringen, sich unserer Sache anzuschließen. Jene, die gewillt sind, sich den Mantel der Alpen. Jene, die gewillt sind, sich den Mantel und Dörfer verwüstet haben.